Ja, Tag zusammen. Ich komme gerade aus der Nachtschicht und will es mir jetzt mal so richtig gut gehen lassen. Wenn du nur am Wullacken bist, dann brauchst du auch mal ein bisschen Pflege. Ich wollte mal einmal ganz kurz kuren gehen und zwar im Alfredosbad in Rüttenscheid, beziehungsweise Bredenei, Bad Bredenei. So, eigentlich müsste ich ja schon bald da sein. Ich freue mich drauf, mal so richtig entspannen. Ach, was wird das herrlich. Ja, so eine kleine Auszeit im Hotelzimmer. Ich hätte es auch immer wieder gern gesehen und da ist es ja schon. Also, Hotel hätte ich gefunden, aber wo ist denn das Bad? Mensch, da habe ich auch noch Pech gehabt. Jetzt war gar kein Zimmer mehr frei. Egal, gehe ich wieder zurück. Ich suche weit. So Freunde, ich glaube, ich bin dicht dran. Das kann nicht mehr weit sein. Seht mal selbst. Alfredosbad. So, jetzt ist es. Ich glaube, ich habe es gefunden. Alfredosbad. Ne, Apotheke. Scheiße. So, hier muss es endlich sein. Alfredosbad. So, ich glaube, ich muss einfach nur die Bahn nehmen. Ich warte jetzt einfach mal, bis einer kommt. So, die Bahn ist nicht gekommen. Egal. Ich glaube, das wird halt nichts mehr. Also, mittlerweile glaube ich ja, das ist einfach schon zu. Ja, oder vielleicht da hinten. Da steht irgendwas mit Spa und Wellness. Ich weiß nicht. So, ich glaube, ich habe es wirklich gefunden jetzt. Hier ist das Bredeneier Tor. Also, der Eingang zu Bredenei. Und da muss das sein. Ich sehe aber keinen. Hier ist auch nichts. Da auch nicht. Bredeneier Tor. Ich, äh, ich bin ratlos. Und da steht es ja auch. Am Alfredosbad. Ich werde daraus nicht schlau. Also, Freunde, ich glaube, das gibt heute nichts mehr. Nichts mit Wellness nach dem Nachtschicht. Ja, weiß ich auch nicht. Wie soll man da Entspannung finden? Also, ich glaube, den Chorort, äh, Bad Bredenei, da stimmt aber nicht. Wenn ihr aufgepasst habt und wenn ihr mir helfen könnt, dann, ähm, meldet euch noch einfach und helft mir, das Rätsel Alfredosbad zu lösen. Wer die Antwort weiß, der schreibt mir einfach. Und viel Spaß beim Rätseln und Zuschauen. Bis dann, euer Schrömi von Pottanander. Boah, nee. Ich glaube, ich gehe doch lieber duschen oder eine Wanne oder so. Keine Ahnung. Ach. Ich glaube, das gebe ich sowieso nicht. Nee. Da kannst du auch lieber mal hochgehen. Ach, nee. Die Kamera läuft ja noch. Also, tschüss dann mal. Die Kamera läuft ja noch.